Willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2, ich bin euer Fjero, und warum haben wir keinen Hut auf? Das geht ja mal gar nicht. Wo ist unser Hut? Ne, das ist der falsche Hut, würde ich behaupten. Da, einfach das Hut. So, gut. Waffen können wir auch wieder mal gebrauchen, ne? Gänse, ja. Wir müssen vielleicht mal Muni kaufen gehen. Gut, was haben wir denn zu tun? Das ist auch eine interessante Frage, oder? Ja, ich habe was zu sehen, ne? Gut. Ankel haben wir hier, da haben wir nix. Wir haben hier einen Steckbrief, auch nicht. Hier müssen wir uns vielleicht nochmal freikaufen, da haben wir auch keinen Steckbrief, ne. Hier wahrscheinlich sowieso nicht, wie wir das Spiel kennen, ja. Ne, da will ich nicht hin, danke. Gut, dann haben wir das, so weiter, machen wir halt die Ankel-Mission, Leute. Hopp, hopp. Das geht's. Ja, achso, ich darf keine Waffen hier haben, oder wie. Die Pläne machen Sinn? Oh, sicher. Es ist einfach genug, ich denke. Wie schwer kann es sein? Aber ich sage Ihnen, was ich denke, um zu sein zu sein, ich werde das Bildung und Planung machen, und du das Bildung machen. Wie kann ich wissen, dass du weaselst, was du in einer Welt zu tun hast? Oh, das ist völlig unfair. Es ist nicht wahr, und nicht was wird passieren. Ich werde einfach nutzen, was ich habe, das ist ein Gehirn. Oh, du benutzt, was du hast, das ist weniger Gehirn. Los geht's. Erstens, das ist die Grund, das heißt, die Fondation, das betrifft, die schweren Wurzeln. Definitiv nicht ein Job für ein Mann mit Terminal Lombago, unless du willst eine 6-Foot-Dephe hole für mich wenn die Arbeit ist vorbei. Keine Wurzeln. Oh, hier kommt Charles. Vielleicht kann er den mood ein bisschen lighten. Wie geht's dir? Er wird zurück, aber nicht für ein langes Mal. Charles, dear boy, John braucht Hilfe mit dem Wurzeln. Jetzt kommen wir. Wir müssen uns erstellen, bevor die Wurzeln kommen. Du bist sehr wunderschön. Er ist richtig. Wir müssen gehen mit dem. Wir dürfen jetzt einfach tragen. Ah, okay. Auch ein Haus-Simulator. Das wollen wir nicht tragen. Nagel einschlagen. Geil. Ah. Der vorgelaufen liegt ja ganz weg. Na, okay. Ah, man. Gute Animation, sagen wir es mal so. Ja, nagel, nagel, nagel. Was ist der Unterschied zwischen Jesus und Casanova? Der ist wie sich das Tuck beim Nageln. Ha, 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 ha. Der Vogel liegt immer noch. Und der Anklang liegt immer noch nix. Na klar. Na klar. Der Kamin ist schon da. Der Kult ist fast fertig. Hat ja fast ein großes Haus. Na klar. Na klar. Der Kult ist jetzt ein großes Haus. Äh. Na klar. Na klar. Na klar. Das ist alles, was ich so. Ja. Das ist alles, was ich mit dir. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 We're together Untertitelung. BR 2018 And I think that's everything. John Marston, you have a home. So do you. Oh, I know. And you, Charles, as long as you'll stay with us. Thanks. Thank you. Gentlemen, to this happy home. At least till this fool gets his woman back. My darling Abigail, I hope you and Jack are doing well. I remain a fool, and I'm sure I shall die a fool. But I'm trying very hard to be something like the man you deserve. I have done something very silly in an effort to impress you, and that is, I've purchased a home. The land you read about in the newspaper up at Beecher's Hope is now ours, and we are going to try our hand at ranching. Mr. Geddes kindly helped me buy the land. I met Uncle while I was coming out of the bank, and while I know your feelings about him, he has been enormously helpful in his own fashion. Charles Smith has also appeared, and is unsurprisingly a pillar of strength. Together, we've built you a home. I hope soon to show it to you. I miss you and the boy more than I can express. Please, come back to me. Yours always, John. Uncle, I thought you were... where the hell... What? Hey, we have gold bekommen, oh no, that we had anything to do. I feel like. I don't know if this is coming. Ah, was haben wir denn gemacht? Hämmer die Nägel mit einer Genauigkeit von 80% an. Wie können wir denn daneben hauen? Schießt mich schon innerhalb von 3 Minuten und da... Tja, okay, gut. Alles klar. Ja, äh, haben wir so in 4 Tagen ein Haus gebaut. Mal eben. Alles klar. Was war das denn jetzt für eine Animation? Aber wie er die Sachen platzierte, war ein bisschen komisch. Ja, die haben wir mitten in einem Raum platziert, das hätte ja eigentlich nicht klappen dürfen. Fangen wir mal jetzt so was an. Können wir in unser eigenes Haus eigentlich auch rein? Oh, kann man ja wirklich... Warum qualmt es hier drin so? Wegen Kamin? Holy shit, was ist denn hier? Natürlich, könnte ich in unserem eigenen Haus die Räume rein. Hm, ich würde sagen, hier wohnt Ankel. Alter, das Haus ist 4 Tage alt und schon total versaut. Wtf. How it is possible? Hier ist der Kamin. Wirkt irgendwie ein bisschen klein. Ziemlich verwahrlost. Tja, für Betten und so war wirklich kein Geld mehr da. Oh, das ist dann hier noch ein Schlafzimmer für Abigail und ihn oder den Jungen. Oh, Dachboden. Dachboden. Uh. Wer bin denn hier? Hier sind viel mehr Schlafplätze als wir momentan Leute kennen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Und ich frage mich, was sind die ganzen Sachen, die hier rumstehen? John hat nichts besessen. Ha. Komm her, Fettchen. Ja, wir müssen sie nochmal umziehen, oder? Aber wir behalten einfach mal die Klamotten jetzt an. Hat unser Speer ausgesucht. Gut, was haben wir denn jetzt hier noch? Das Ankelmissio. Da ist der. Hier war noch nichts Neues. War das was? Vielleicht. Ich sehe nichts. Okay. Haben wir noch ein Kopf, gell? Ha. Beach of Soap. Gut. Wenn ihm das gefällt, warum nicht, ne? Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da gucken wir, was mit Ankel los ist, würde ich sagen. Da sehen wir uns da wieder. Also, haut rein. Ciao, ciao. We're broken people now. We're burning now. So cold, I'm bleeding now, now, now. Gonna let you down. We're broken people now. Tell me I won't never be nothing. Ain't that something I've risen from the bottom? I got him eyes on the prize and inside him damn right I overcame. Y'all know the name. We similar but never been the same. Everybody, yeah, they know the name right now. I'ma make it somehow, make it some way. Yeah, you know we gon' get it today, like. I'm all on my own now. Don't, won't ever let you down. Won't let you down. Down, down. Yes, I been through it. They know I do it for the people I'm fighting. So we be equal for my son and my sequel. And anybody who listening in a system like venom. I get in them and spread viciously. This is me. We're broken people now. We're burning now. So cold I'm bleeding now. Now, now. Gonna let you down. We're broken people now. We back at it. Young logic to rap addict. Given that every part of myself on the real, you would think I'd be asthmatic. Allergic to your bullshit. Yeah, that's right. I done had it. Real all the time. If you rep it, get it, chat it right now. It's right here, a vibe right now. I am too alive right now. I'm alive right now. Come on, feel the vibe right now. Feel the vibe. Feel the vibe. Feel the vibe. Feel the vibe. Yes, I been through it. They know I do it for the people I'm fighting. So we be equal for my son and my sequel. And anybody who listening in a system like venom. Am I getting them and spread viciously? This is me. We're broken people now. We're burning now. We're burning now. So cold, I'm bleeding now. Now, now. Gonna let you down. Broken we ain't beaten. There's no glory in defeat. We won't fall into the cracks between our streets. We're broken people now. We're broken people now. We're broken people now. We're broken people now. We're burning now. Now, now. Now, now. Now, now. Now, now. Now, now. Gonna let you down We're broken people now